Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Summoner. Ich bin Summoner Gameplay, so bei mir ist Und das Gefecht geht weiter. Denn Godem kommt schon zur Hilfe. Lass den Pox essen, ja. Ja, mein... Yes, er ist tot. Er hat seinen ersten Summoner allein durchgeführt. Ja, komm. Was zugeben, die sind... Problematisch. Naja. Wieso, ich muss jetzt mein Golem-D beschweren, wieder neu beschweren. Wieso, wo gehst du? Hutsch alles wieder kotzen. Naja, ne. Alter, ich hätte so gefallen, wenn der andere lange Stumpf runtergefallen wäre. Passiert leider nicht. Leider. Selbst wenn ich mein Golem-D so beschweren, dass Einzelzeile von ihm runterfallen würden. Es würde einfach in der Luft schweben. Ich weiß. Aber ich finde es lustiger. Übervor ich schmeiße ihn runter, dass er hekt, der wird. Ja. Ja. Können wir eine Vielzahl von irgendwelchen Gegner loswerden. Hm. Ja, ja. Ach, der Samur. Wer macht das? Klar. Ja. 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 Ich hätte mal wieder eine neue Waffe gebrauchen. Du hast jetzt erst eine neue bekommen. Eine neue gute Waffe. Pack den Bogenschlitzen, der hat bestimmt was. Guck dir das mal an. Wo mein Samu steht und schaden macht und wo der Bogenschwester steht und schaden macht. Was? Ich bin gerade mein nächstes Sommer. Ich sage zehn zwei Sommer bereits. Hast du diese Wacer drin gemacht? Ja. Ich bin gerade auf den Tisch. Ich könnte aber einen Akkrumoris gebrauchen. Der kommt heute nicht. Ich weiß. Der hat Urlaub. Ähm, hast du? Hä? Hab ich was? Ich sag, wenn mein Samu schön was ist, der schickt dein Samu vorbei. Ich kann... ja, den musst du dir erklären, ne? Nö! Warum rennst du runter? Ah ja gut, dann mach schon mal weiter. Und wie auch so viel rumhängt. Ah. Ich kämpfe hier wie gesagt noch gegen den einen Bugenschützen. Liebes Handschuhe. Und neben meinem Samu liegt auch noch gut, beziehungsweise vor mein Samu. Nach Tring und Haramaki. Und du bist froh? Am Kämpfen. Ach du Scheiße! Eine Samu. Zwei. Ich seh nur einer. Der eine und andere war da hinten. Ach so. Und dann kommt jetzt Nummer 3. Nur dass der auf unserer Seite ist. Okay. Ich hab nur halbe eins. Ist doch nicht. Oh Gott, bist du halb tot? Dann bin ich dann zwei Samus und dann sagst du, hey, hier. Ich weiß ja nicht, ob du's wusstest. Da kommt ein dritter. Ich bin tot. Ich bin tot. Okay, bin ich dann nicht. Ach so. Loll. Ich bin tot. Ja, ich mach so ganz verziehe. Ich hatte mit einer Hand das Schwert rumgebracht. Also meine. Oh ja, ne? Kann ich den Bogenschützen über meine Samu? Ja. Dann kannst du bitte ein Stück vorgehen. Wie jetzt. Also. Okay, ich battle mich mit dem Bogenschützen. Durch das Holz. Ah ja. Auch gut. Kann man noch, ne? Kein Wunder ist mein Kraft der Instant, der in den Akromodus geht. Ja. Ja. Oh shit. Wer macht das da oben? Ja, ne? Äh. Find wo ran. Was macht er? Ich erkunde noch hier unten ein bisschen die Gegend. Nein. Okay. Aus meiner Perspektive ist es das eigentlich auch sonst bei der Samu. Er selbst gemacht. Naja. Wo bist du? Oh, jetzt. Einfach mit Samu folgen. Äh. Könnt ich, wenn ich ihn sehen würde. Ach so. Hä. Na, geht jetzt. Du schießt hier rum und totzt Steine an. Ja, ich find die Steine halt schön, ne? Mhm. Weißt du was auch schön ist? Mhm. Das hier. Ey, ich kann dich da jetzt sogar tilten. Bleib noch mal. Bleib stehen. Ich muss dich doch treffen. Nein! Was haust du ab? Was haust du ab? Nein! Halt! Also hat er sich jetzt so gebraucht? Nein. Ich doch nicht. Ach von hinten startest du? Ja, von da hinten. Wie sieht echt den Samu doch klar? Da ist die gelbe Linie, ansonsten komme ich nicht raus. Wo? Hä? 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 Äh, he, he, he. Hey, he, he. Take das mal kurz. Wie denn? Den würde den Samu angreifst. Wo denn? Ach, der sieht den ja gar nicht. Hä? Das musst du alleine machen. Geht schlecht, weil er meine Ketten kontern kann. Ja, du bist stort. Das ist gut. Wo rennst du hin? Keine Ahnung, ich finde es irgendwie... ...zu gucken, dass der Samu mich nicht anfragt, den ich nicht nach sehe. Was ist das für ein scheiß Gefühl das ist? Aua! Getting Hitted Out Of Nowhere. Das ist halt echt so. Sorry Leute, sieht gleich bei euch komisch aus, aber mein bisschen ist er einfach nicht vorhanden. Aber ich hab ihn gleich. Ich kann aufhören zu rennen, er greift mich an. Ja, woher soll ich denn das wissen? Mal hier. Du schlägst gerade auf meinem Bildschirm in die Luft. Ach ja. Ach. Ja, Samu ist im Boden verschwunden. Läuft. Na dann. Schau. Schau. Ob ich es noch schaffe? Nein, einer hat noch die Hände gefehlt. Schau. Alter. Was? Ja, kein Bescheid, finde ich gut. Hä? Nix, nix. So, und jetzt nochmal zum krönten Abschluss. Dein bester Freund. Du mich auch. Ich muss jetzt gleich ein paar Mordwünsche leben ansgehen. Hehehe. So, Cover seid verbündet und soll Fight machen. Das Problem ist, ich kann ja nicht mehr. Aber wenn ich wollte, könnte ich ja nicht. So. Das war... Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich wieder heiße. Ich bin Summoner Gameplays und ich bin gleich tot. Ciao. Ja. Ich bin Summoner Gameplays und bei mir ist... Bis zum nächsten Mal.